So, hallo liebe Kreuzfahrten-Gurufe-Fans, nun sind wir in der Backstube, wo es dann später in den Ankelmannsplatz geht, das Hauptbuffet-Restaurant Gemeinschiff 6. Hier haben wir die Backstube, wo frische Backwaren täglich für uns gebacken werden, den ganzen Tag über. Schaut euch das einfach mal kurz an. Die nächste Station ist die Panini-Station. Hier könnt ihr selber eure Verdiennis zusammenstellen, wie ihr es mögt. Und wie ihr seht, ganz viele verschiedene Brotarten. Was natürlich nicht fehlen darf, ist das Artisanenbrot. Das ist das Mein-Schiff-Brot, was es auf allen Schiffen der Flotte gibt und man sogar zu Hause nachbacken kann.